Okay, ich bin jetzt hier, weil gerade im Questlog aufgetaucht ist, dass Varic noch mal mit mir reden will. In meinem Kleider. PAD. Na du. Ich hatte ein Jahr für Bartrande. Nach den tiefen Weg ging er zu Ravane, wahrscheinlich, weil er wusste, dass ich ihn nicht konzentrieren konnte. Aber ich höre, dass er zurück in Kirkwall sein könnte. Er hat ein paar von seinen Kontakt in Hightown gebetet. Hat er in Hightown oder durchgekehrt? Wenn meine Information gut ist, und es ist immer gut, er hat ein Haus da. Das gibt uns einen guten Schuss mit meinem liebsten Bruder. Wie hältst du auf, Varic? Ich? Mein kein Bezug aufgetaucht-bruder ist praktisch in Arm's reach. Ich könnte nicht besser sein. Würde Bartrand wirklich riskieren, dass hier wieder zurückkommen? Ich glaube, wir beide wissen bis jetzt, dass Bartrand würde alles riskieren, für Geld. Es gibt einen viel besseren Markt hier für den trinket, die er verstanden hat. Und alle seine Kontakt in Kirkwall sind. Und ich habe wirklich vermissen, Bartrand. Wir haben viel zu tun, wie wir es tun haben. Ich glaube, Bianca hat ihm etwas schmerzt. Wir sind bei seinem neuen Haus. Wir willkommen ihn zurück in die Stadt und all das. Es sind drei Bisschen für einen Mug. Du denkst, ich habe Koffe gemacht? Ja, gerne doch. Den werden wir nicht mehr holen, den Arsch, ey. Was für ein Wichser. Mit dem haben wir nur ein Hühnchen zu rupfen. Oh, wie mich diese nächtlichen Angriffe aufregen. Oh, wie viele sie immer sind. Oh, wie viele das immer sind. Oh, wie viele das immer sind. Das war's! Geh' dem jetzt! Find me never to get on our bad side. Seems to be... unhealthy. Geh' dem jetzt! Geh' dem jetzt! Barton really hasn't done much with this place, has he? Hm. I don't get it. My sources saw people making deliveries here just a week ago. This... looks like it's been empty for months. You think he put the cobwebs up to discourage tax collectors? Well, you're thinking it's a trap. Great. It's been ages since my brother tried to kill me. It's a trap. It's a trap. It's a trap. It's a trap. So that's how you greet your brother, is it, Bartrand? Fine. Say hello, Bianca. Looks like trouble's coming! Hey, I have to do that. Okay. Go give him an issue! I need to grab him! The carter! I'm coming for you, you nut-huffing bastard! Grab something! We've got company! I'll take you all! Well, Varric is definitely worth it. I'll take you all! I'll take you all! I'll take you all! Well, Varric is definitely worth it. Uh-huh! Bartrand! I'm coming for you, you nut-huffing bastard! Bastard! Let's dance, you! Son of a bitch! Ah, what's up, you- We have a shot! Last one? Bartrand! I'm coming for you, you nut-humping bastard! Don't fear, it's not time. You want a piece of me? You're going to request me? You want a piece of me? Let's dance, you sons of bitches! Let's dance, you sons of bitches! Let's dance, you sons of bitches! Barbara, I'm coming for you, you nug-hopping bastard! Let's dance, you sons of bitches! Bartrick, I'm coming for you, you nug-hopping bastard! Baker's Breathhawk, you do get results, don't you? Hey, der hat das völlig allein gemacht. Oh-oh. Oh, das waren Bolzen. Durch drei Hälse. Nur ihn hat er verschont. Oh, Baron! Please forgive me, my brother! I was just jealous of you! How could I ever compete with you for mother's love? You're strong and handsome! And so very smart! What? Why lie now about this? What have you to gain? What do you want from me? I broke in, I found my brother and it was awkward. Family business. No. I think there's more to it. Fine. You want the gory details? I'll give you the gory details. Ach, war das wieder eine falsche Version? Naja, während es lädt, Schnitt. Daniela.